Ja, ich bin froh und dankbar hier gewesen zu sein beim Power Mind Success Intensive. Ich habe hier mir einen viel größeren Schatz abgeholt, als ich gedacht habe. Ich habe einen tiefen inneren Frieden, eine innere Ruhe in mir und gleichzeitig eine absolute Klarheit. Was mich am meisten beeindruckt hat, waren die tiefen Meditationen, im Unterbewusstsein zu arbeiten und dadurch jetzt so eine Klarheit auch im Bewusstsein zu haben. Dafür bin ich unendlich dankbar und danke natürlich auch den Referenten Daniel und Nicoletta, die uns so wunderbar durch die Tage geführt haben. Vielen Dank dafür. Ja, ich bin hier auf dem Seminar von Daniel Weinstock und Nicoletta Weinstock und was ich als Diamanten mitnehme von diesen drei Tagen, ist einfach mich auf mein Ziel zu fokussieren und vor allen Dingen mir vorzustellen, wie es wäre, wenn es jetzt schon da ist. Und das hat mir sehr, sehr gut gefallen. Also werde ich weiter an meinen Zielen arbeiten, beziehungsweise mir direkt vorstellen, wie mein Ziel aussieht, wie es sich anfühlt, wenn es jetzt schon da ist. Und ihr dürft gespannt sein. Ich kann euch dieses Seminar nur sehr empfehlen. Und wenn ihr weiterkommen wollt mit eurer Persönlichkeitsentwicklung, mit eurem Business, dann kommt hierher. Also das Seminar hier in Karlsbad war der Hammer für mich wirklich. Power Mind ist einfach das, wo du dich so fokussieren kannst und da ist der Success noch mit hinten dran. Das heißt, dein Berufswunsch, was du erreichen willst, dein Ziel, egal ob es privat ist oder Business, ist genau fokussiert. Du kriegst so ein Mindset hier mit. Du kriegst so eine geflaschte Energie mit und du hast sie verankert. Also ich kann es nur echt so warm empfehlen, weil es macht so viel mit dir. Die drei Tage sind so mega intensiv wie drei Wochen. Und es macht was mit dir. Es verändert dich sofort. Und das ist das, was ich echt allen wärmstens ans Herz legen kann. Vielen Dank. Guten Abend. Unser Seminar ist jetzt um diese Zeit beendet. Ich habe mich auf etwas ganz Neues eingelassen und komme hier raus als neuer Mensch. Befreit. Ich habe auch neue Sachen gelernt. Und ich habe einen Menschen kennengelernt. Mich selber. Und das ist die Hauptsache. Das, dass man sich selber kennenlernt. Dass man weiß, wer man ist. Und das ist auch durch diese ganze Community, die da war, durch diese ganzen Menschen, die mit uns mitgearbeitet haben, eine Bestätigung bekam. Dass ich wert bin und dass ich meine Ziele erreichen kann. Und dass man sich selbst treu bleiben soll. Danke. Also ganz, ganz herzlichen Dank für diese wunderbaren drei Tage, die es mir ermöglicht haben, das erste Mal in meinem Leben hier festzustehen und aus meiner Komfortzone zu treten, um hier überhaupt etwas aus meiner, dass ich überhaupt was sagen kann. Also ich kann dieses wunderbare Even nur jedem empfehlen, der sich also verändern möchte. Und ich werde das also ab heute auch tun. Ganz, ganz herzlichen Dank an Nicoletta und Daniel für dieses wunderbare Even in Karlsbad. Also ich kann das nur jedem empfehlen und ich werde es wieder machen. Vielen Dank. Tschüss. Ich finde dieses Seminar absolut mega, super, klasse, spitze. Ich habe hier so viel mitgenommen, so viel Input gekriegt, so viele neue Denkanstöße, so viele neue Impulse mitbekommen. Es ist einfach absolut Wahnsinn. Die Mischung zwischen Entspannung, aber auch zwischen Aktivität ist absolut mega genial. Insbesondere eine Meditation, wo wir eine goldene Zukunft und eine goldene Vergangenheit gesehen haben. Und es ist einfach nur wunderschön, das hier zu erleben, das ganze Feeling zu erleben, die ganzen Menschen hier zu erleben, Daniel auf der Bühne zu erleben, live zu erleben, die Energie hier zu erleben zwischen Gleichgesinnten. Das ist absolut faszinierend. Was ich hiervon mitnehme ist, dass ich eine neue Geschichte schreibe für mich, dass ich alles Alte komplett hinter mir lasse dadurch. Ich frage mich auch täglich, wie möchte ich mich gerne heute fühlen? Was möchte ich heute machen, um mir und meinem Ziel näher zu kommen? Und ich wertschätze jeden Augenblick. Ich freue mich einfach darauf, dass ich mit meiner Gabe, mit meinem Dasein sozusagen anderen Menschen helfen kann, sie so unterstützen kann, wie sie es brauchen. Dankeschön. Mein Name ist Michael und ich bin das erste Mal auf einem Seminar von Daniel. Ich kenne ihn vom Internet aus. Und ich kann nur sagen, ich habe mir absolut den Fokus gegeben in diesem Seminar. Ich kann das nur weiterempfehlen für jeden, der nicht genau weiß, in welche Richtung er geht. Und einfach machen jetzt, rausgehen aus diesem Seminar. Und kommt sie rein und macht das auch bei ihm. Danke. Ja, hallo. Mein Name ist Marianne. Und ich hatte mich für die drei Tage entschieden, beim Daniel hierher zu gehen, um Klarheit über meine zukünftigen Arbeit zu kriegen. Ich habe hier die Klarheit bekommen durch Übungen, durch Arbeiten in der Gruppe und auch um die ersten Schritte, die neuen Themen umzusetzen. Und dieses Seminar kann ich jedem empfehlen, der in der Fülle seiner Themen schwimmt. Und ich weiß, wie ist der nächste Schritt, in welche Richtung gehe ich. Ich habe sie hier gefunden und das wünsche ich jedem anderen. Ich bedanke mich bei Nicole und Daniel für die ereignisreichen und bewegenden drei Tage. Mein Name ist Maya. Ich habe am Power Mind Success Intensive in Karlsbad teilgenommen, weil ich per 01.01.2019 im Network Marketing durchstarten möchte. Und in diesem Kurs bei Daniel und bei Nicoletta habe ich die Power und den Fokus und das Feedback von den Teilnehmern bekommen, das ich noch benötigt habe, um voll strukturiert durchzustarten. Vielen herzlichen Dank dafür. Ihr habt mir so viel gegeben. Dankeschön. Mein Learning aus dem Seminar ist, dass offensichtlich viel mehr in mir steckt, als mir das überhaupt bewusst war. Dass Menschen Dinge in mir sehen, die ich nicht sehen kann oder konnte. Und dass es unglaublich ist, diese Dinge gesagt zu bekommen und sie auch noch glauben zu können. Du möchtest dein Leben verändern. Du möchtest in Zukunft sehr viel mehr Erfolg haben. Du möchtest mehr Zeit haben für die schönen Dinge in deinem Leben. Und du möchtest gleichzeitig sehr viel mehr Geld verdienen. Dann bist du hier ganz genau richtig. Denn das Power Mind Success Intensive wird dir genau das geben. Wir machen solche Übungen hier zusammen, die dazu führen, dass du dein Unterbewusstsein auf deine Ziele, Wünsche und Träume ausrichtest. Und allein das wird dazu führen, dass du exakt die Ergebnisse in deinem Leben bekommst, die du wirklich haben möchtest. Es geht nicht darum, immer wieder sich von außen motivieren zu lassen, sondern es geht vor allem darum, die innere Motivation zu finden. Finde deine innere Motivation. Es geht nicht darum, dass du ganz viel Neues lernst. Das heißt, wir geben dir ein Bewusstsein darüber, was in dir steckt. Und du wirst eines merken, sobald du das erkannt hast, bist du in deinem vollen Potenzial. Du bist im Flow und du weißt ganz genau, wie du diesen Zustand jeden Tag abrufen kannst. Stell dir mal vor, wie wäre dein Leben? Du wärst sehr viel effektiver. Du wärst sehr viel schneller. Und du würdest in weniger Zeit sehr, sehr viel mehr erreichen. Ich freue mich auf dich. Melde dich jetzt zum Seminar an. Dein Daniel Weinstock. Vielleicht hast du schon viele Seminare besucht und bist immer nur einen ganz kleinen Schritt weitergekommen, aber hast noch nie den Durchbruch bekommen, von dem du immer geträumt hast. Vielleicht fühlst du, dass du für deine Ziele, Wünsche und Träume bestimmt bist, dass du sie jetzt erreichen willst, aber dir fehlt einfach der richtige Weg. Du wirst hier in diesem wunderschönen Hotel erleben, wie einfach es sein kann, deine Ziele in einer ganz kurzen Zeit zu erreichen. Ich weiß, es hört sich unglaublich an, aber ich habe es selbst erlebt. Ich habe dieses Seminar selbst besucht und wir haben es weiterentwickelt. Und dieses Power Mind Success Intensive ist das stärkste, was ich kenne, um so schnell wie möglich deine Ziele wirklich zu erreichen. Die Ergebnisse, die Kunden haben, die dieses Seminar besucht haben, sind unglaublich. Sie haben sich Ziele aufgeschrieben, gesetzt und die sind einfach nur so in ihr Leben gekommen. Und wenn du diese Chance ergreifen willst, dann solltest du hier dabei sein, diese Energie spüren, diese Übungen mitmachen, die dein Leben verändern. Und das Schöne ist, du bekommst wirklich sieben Schritte an der Hand, die du jederzeit weitergeben kannst, jederzeit für dich wiederholen kannst. Und du kannst das Leben leben, von dem du immer geträumt hast. Und du kannst das Leben, von dem du immer geträumt hast. Und du kannst das Leben, von dem du immer geträumt hast. Und du kannst das Leben, von dem du immer geträumt hast. Und du kannst das Leben, von dem du immer geträumt hast. Und du kannst das Leben, von dem du immer geträumt hast. Und du kannst das Leben, von dem du immer geträumt hast. Und du kannst das Leben, von dem du immer geträumt hast. Und du kannst das Leben, von dem du immer geträumt hast. Und du kannst das Leben, von dem du immer geträumt hast. Vielen Dank.